420 So liebe Freunde, als allererstes vielen lieben Dank für den nicen Support, für Cutting of the Tip. Hat mega Spaß gemacht, das für euch zu machen. Und wie ihr vielleicht sehen können, sind wir gerade auf einem neuen Abenteuer unterwegs. It's not the end. This isn't the end. This is only the beginning. Und ja, wir freuen uns schon drauf, das mit euch zu teilen. However. Genau. Dadurch haben wir jetzt diese Woche leider kein neues Cutting of the Tip-Video für euch. Nächste Woche kriegt ihr ein anderes Video, mal was anderes. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt zu dem Video, was ihr davon haltet. Lasst einen Kommentar da. Like. Dankeschön. Und danach geht's wieder weiter mit Tourfolgen. Genau. Dann machen wir Cutting of the Tip fertig. Und dann haben wir ordentlich Zeit, diese neue Staffel von Drei Radeln, crisp und clean für euch herauszuputtern. Yo. Stay tuned. Smash that like. Hit that bell and subscribe. Abonniert die Glocke. Für Live-Updates von unserer Tour. Von unserer aktuellen Tour. Von der, wo wir gerade drauf sind. Und folgt gerne Drei Radeln auf Instagram. At 3.radeln. Alles klein, alles zusammen. Genau. Ihr findet uns. Ihr findet uns auch in der Infobox bei YouTube. Sehr mal. Ja, genau. Oder klickt einfach den Link down below. Correct. Correct. Den Link down below. Nice. Genau. Man sieht sich. Freunden uns. Es ist wie Spiegel. Es ist was? Wie Spiegel. Man sieht sich. Ach so, schreibt mal in die Kommentare, wo ihr denkt, wo wir unterwegs sind gerade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.